Ein neuer Tag, ein neuer Booster, Folge 886. Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr wieder reinschaut hier bei mir. Okay, der ging diesmal ein bisschen besser auf. Wir haben ja in den letzten Folgen schon hier und da mal ein paar Problemchen gehabt. Heute starten wir mit Beacon. Ich glaube, das ist so ein Leuchtsignalgeber hier. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Dann haben wir den Zombie, einen Gegner, die Nummer 45. Oh, der Enderman. Sehr schön. Auch ein beeindruckendes Artwork hier, die Nummer 20. Hier steht zwar neutral, aber ich finde, der ist nicht wirklich neutral. Sobald ihr den anstarrt, greift der euch ja an. Also, als neutral würde ich den jetzt nicht bezeichnen. Oder ich irre mich da jetzt. Dann haben wir hier den Endcrystal. Kenne ich noch gar nicht. Habe ich jedenfalls im Spiel noch nie gesehen. Die Nummer 172. Weiter geht's mit dem Nether Star. Habe ich auch im Spiel noch nie gesehen. Die Nummer 193. Dann haben wir das Dorf. The Village. Die Nummer 106. Auch ein schönes Artwork. Und ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Die Glow-in-the-Dark-Karte. Da haben wir heute... Ähm... Das müsste der Ender-Dark sein. Ja. Ihr seht's da oben. Das ist wieder... Raufgeprägt. Das, ähm... Im Dunkeln leuchtende... Material. Und die heutige Holo-Karte ist... Es ist eine Panorama-Karte. Ähm... Die habe ich tatsächlich auch noch nicht. Ja, die Nummer 9 von 230. Oder haben wir die schon? Ich weiß, dass mir von den Panorama-Karten tatsächlich noch 3 fehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die 1 bis 3 war. Oder die 7, 8 und 9. Muss ich tatsächlich mal in meinen Ordner schauen. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal.